Wer ist von stressbedingtem Schwindel betroffen? Es gibt Krankheiten, da sind überdurchschnittlich viel Frauen oder überdurchschnittlich viel Männer von betroffen. Bei stressbedingtem Schwindel ist das anders, da sind Frauen und Männer gleichermaßen von betroffen. Frauen entwickeln meist zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr einen stressbedingten Schwindel. Männer sind meistens etwas älter, bei ihnen tritt ein stressbedingter Schwindel meist zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr auf.